hey leute und herzlichen willkommen zu einer weiteren folge ITX-DOO mit noch zu drehen und würde ich schütteln gut und sonst dass er stattdessen spielen und du nicht so wir machen wir jetzt weiter und spring ins Wasser auf eierten Leute dann letzte Folge rausgefunden dass ein Frosch nicht ins Wasser dürfen und noch zu verkackter der NU wo bist du du bist der Noob nicht ich so und jetzt müssen wir machen versuch mal so ein Frosch zu springen schau mal was passiert jetzt ohne Scheiß was müssen wir machen ach du stirbst gut aber man kann jetzt auch nicht super kannst du nicht springen so unmöglich ach nee immer bis darauf dann und dann doch bis darauf springen ach so ja dann spring mal neben stehende neben stehen hier Moment ich musste ich mal kurz kurz ich muss mich bisschen rüber rücken ich habe ja wieder oder eine aufgenommen meine Folge jetzt bin ich wieder in mein in deinem Bild so jetzt sieht man die Stunde nur halb aber egal ja 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 du bist du mit dem du bist du mit dem na war 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 jetzt drüber juhu jetzt der frusch ist mega geil der springt zu hoch mann so herr ich glaube da ist die taxifahrt vorbei oder und denkst du kannst absteigen mit kuh hier musst du machen ich kann nichts machen sehr gut gut aber teamarbeit ist und point ich bin die andere seite schloss die schätze meine spritz ist und laufen halt die schnauze wie was ich muss hier kumpel ich muss schnell machen okay ich mache schnell voll schnell krass bei bild ist anders moment tut mir leid jetzt noch mal irgendwas hat sich gerne ich komme nicht mehr ins spiel also er soll es gut mein bild wurde schaut auf die tors geschlagen ist das bild kleiner geworfen springt genug wie musst du überhaupt so jetzt bist du gut ich bin unter ich komme jetzt doch hallo da haben wir den kandidat gut ich bin die starke kumpel ob der rüber das sehr gut ich glaube ich habe jetzt den wohnen wo ich bekommen habe nur die blut blumen 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 hallo hallo als märme von sind wir da ich habe kein nuss mehr zurück ist drücken wie es strick nicht mehr ja ich würde auch nicht so unlogisch aber ok eine stunde später eine stunde er spielst du bist schon vor mir da gewesen wie jetzt nicht wissen sollt gut bist du die tastatur knackern oder hallo wie bist du hochkomme ich habe versucht so zu springen vom stein stein ist das du musst vorlesen aber bei mir steht es auf englisch ich habe kein bock jetzt auch wenig ja was ist es ja gut ich weiß nicht warum was geht aber okay ein rennen ok ist da drin meine geht nicht voran krieg geschäft es geht es ist nicht begonnen bei mir dazu dazu hast du von mir stehe weiter die scheiße jetzt ich habe kopfschmerzen meiner denkt nicht ich sehe mich nicht mehr das war unfair falsch gegangen jetzt noch ein stecker ist wieder die scheiße treppen ja 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 komm mit großer bau kann jeder was sage so schweck schäden jetzt nass machen ja muss ich so selbst bestätigt da kommt da kommen sie auch nicht vor anderen stehen nicht helfen mach jetzt ich bin ja ja was kannst du machen bringen wir kommen stellen auf dich ne so welche farbe willst du komm kriegst rot ach so ja ach so ja grün gelb so ach komm oh blau ja ja oh fein ach so dazu mach jetzt weg dein arsch moment so jetzt moment jetzt mit ihm verarschen geht ja junge du weißt dass ich hab das schon mal die ersten folge habsche probleme gott das wäre ich beschissen so weiter das im glas platz genau so das wenig stolz sind ansonsten alles gut ich hoffe man hält das spiel auch machen auf hier kannst du nicht hier da ist doch was will ich nicht dann muss da putzen das schild gespritzt ich kann die strich spritzen hier noch mal putzen alles schön sauber wunderbar mach mir wo er nimmt ich bin eine blume bis bis an der pia kann das ist was bei mir schädler komplett putzen nur gut die spritz ab heute in morgen spritz es muss aber gut sein oder so ja und jetzt ja es geht noch mal blumen noch mal blumen genau zu kann dazu 0 0 0 0 das wieder platt genauso dazu machen wir auf ja sehr gut hat mich jetzt platt gemacht wie wieder platt gewesen der junge dazu dass eine aufgabe ich schlage ihn schlage ihn tot Loll Stiftung Drecksauk so kannst du jetzt aufmachen? Ah nein, mach das aufmachen schon Juhu! Explosion! Yeah! Boom! Yeah! Explosion! Jetzt geht's los! Okay, let's go! Warte, 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 warte! Warte, 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 warte! Aber... Mit dem okay, let's go! Von wo ist also so gebaut? Hier hoch, hier hoch, du, du, ich bin schnell als du! Warte auf mich! Nee! Und jetzt? Achso, hier! Oh nein! 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 Ich spritz, spritz, spritz wieder ab, okay! Was ist denn? Spritz jetzt ab! Okay, spritz auf! Spritz auf! Spritz ja eine Blume! Ich spritz dir dann das Beet von... Ja! Scheiß Blume! Sei still! Kannst du auch selbst mal alles perfekt machen oder? Kannst du überhaupt da über das Lila? Versuch mal! Hä? Versuch! Hä? Nee! Ohne Witz! Immer das Gleiche! Natürlich kannst du! Abbringend aber nichts, okay! Ich müsste das alles wegmachen. Muss ich überhaupt alles wegmachen. Ich sollte mich alles wegmachen, umsonst. So! Oh ja! Oh ja! Wieder so ein fette! Runter mit deiner fette Nahrung! Jetzt bist du los! Guck' ich da runter! Ich hab' dich affektiert! Was meinst ich? Meinst ich nicht? Scheiße dir mal hier, schnell! Na? Warum? Ja! Not so! Not so! Not so! Ich bin da! Ich lebe immer noch! Äh! Ich war nicht so lang, wollte ich da heute! Ja, ich krieg mit! So! Und da! Ja! Komm! Komm her, du Scheiße! Mach' mal alles klein! So! Explosion! Boom! So! Jetzt aufmache! Ah, geht automatisch! Okay! Okay! So! Der Zweiter! Mein PC, der hat einen kleinen Rucker gehabt! Okay! Alles gut! Yay! Jetzt geht's los! Muss ich auch darüber? Ja! Ne, weil da waren wir auch noch Glühmetöpfe! Auch noch! Spritz ab! Muss ich überhaupt alles wegmachen! Ich geh' an eine Blumenbeine! Yay! Versuch' mal um! Ja! Und ich alles muss wegmachen! Scheiße! Ganze scheiße wegpusten! Ganze scheiße her wegmachen! Ich geh' an eine Blumenbeine! Was für ein Beschiss hier! Ich darf die Arbeit machen und der begnügt sich! Ich geh' an eine Blumenbeine! Das gleiche! Der spritzt sich von ins Gesicht, der Zauber! Komm her! Loll! Schon wieder diese! Ich nehm' die auf den Boden und du nimm' die Blumenbeine, okay? So! 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 Nicht mehr! Ist das alles! Na jetzt? Moin! Ausgesicht! So! Moin! Kumpel! Oh yeah! Sieg! So! Sehr schön! So! Schön! Zerstören! Jo! Passt! Tod! Oh oh! Oh oh! Stopp! Ich muss einmal schnell nur ein bisschen lauter machen gehen, weil es ist aber zu langsam! Du bist nicht wieder! Ich nehme den Strasse! Ist du fertig? Ja! Komm mit! Du bist so leid! Es ist okay, wir sind hier dabei! Es ist Cody! Du meinst? Ja! Ja! Komm mit! Du bist so leid! Oh! LOL! Tomaten Gesicht! Tomaten Gesicht! Ja, komm her! Ja! Was muss ich machen? Ich kann nichts machen! Ich bin nichts! Nur die Tomaten kann was untersch... machen! Vielleicht, du musst das jetzt reinmachen. Ich mach den Weg wieder sauber. Mach das weg! Damit ich hier in einer Zeit kehren kann. Ach, komm her! Ja! Der hinter mir ist ja neiner. Ich muss das putzen! Hier! Ich putze schon! Geh! Ja, ok! Weiter geht's! Ja, ich mach den Weg frei! Ist tot! Ne! Ist nur manche, oder wie? Haben wir's! Oh! Ne, weiter geht's! Stopp! Und nachts? Ja, 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 ja! Na! Na! Gib mir mir noch Wasser über da! Ich versuche, zu holen. Ich versuche, zu holen! Ich versuche, zu holen! Ich versuche, zu holen! Ich versuche, zu holen! Ich werde es nicht aus! LOL Das ist doch ein paar Sachen, was ich? Ja, was ich? Ja, was ich? Ja, was ich? ausweichen das würde Kopfschmerzen weggegeben von mir bist du voll erwischt geworden für mich bist du platt gewesen das muss ich mal schneller machen was ist lol ist dein pc noch an dann starte wir nochmal da war ein speicherpunkt das habe ich mitbekommen gut ja einladen dazu einladung ist irgendeine verbindung weg gewesen meine oder deine machen wir es nochmal du bist da gut so ja perfekt wunderbar und ja siehst du über den speicher was machst du wie nix so jetzt weiter aber wir waren auch nicht weit ist egal mal weiß ich festsack lol wie bin wir da ja ich bin der feste glücklicher Koffe boom 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 auf auf los ja nahezu irgendetwas zu sagen ich bin eine Kartoffel bin ich nicht wie was ist los heute äh willst du mich verarschen meine verbindung ist doch da ich habe volle verbindung bei mir kommt äh äh ja das ich soll schaue ob der klient online ist und du bist der klient ich bin online ja leute dann machen wir das nächste folge ja würde ich sagen ansonsten bringt es ja nix jetzt manchmal anzufangen und so ja dann nächste folge machen wir die blumen zerstören wie sie und ja bis zum nächsten mal ciao ciao ciao